Ja, Kommandant. Immer mit der Ruhe, die Atze. Das Ziel ist erledigt. Das Ziel ist erledigt. Hinterhalt! Feuer! Feuer! Wir sind nicht durch die Panzer umgekommen. Die Bastards sind verrückt. Die haben keine Chance gegen Tiger. Sind wieder einsatzbereit. Die Bastards sind der Sauberbergreifend. Ihr stimmt nicht. Sie kennen bereits im Fleisch im Wasser, aber sie werden die können. Die Bastards sind da. Die Bastards sind aus der Kanteil. Kapps, bringen Sie uns zur Brücke! Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Eingriff nicht abbrechen! Das ist Selbstmord! Wir werden alle draufgehen! Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben! Das sind einfach zu viele! Beruhig dich, Mann! Hey Gott, nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke! Machen wir einfach unsere Arbeit! Da vorne ist die vorgeschobene Stellung der Amerikaner! Reden Sie uns rein! Die Panzerung hat den Schuss einfach abgefallen! Entschuldigung, schießen Sie weiter! Die Panzerung hat den Schuss nicht gut gross! Komm! Bewege uns! Der Driebe bewegt nicht noch! Der Driebe bewegt mich noch! Wir sprechen lacht! Das Driebe bewegt sich noch! Die Stiebe bewegt sich noch! Guter Schutz! Ziel ausgescheitert! Wer ist gesetzt? Zwei Uhr! Stepper! Aber die Panzerung bleibt gehalten! Trepper! Wie kommen Sie voran, Katz? Komm schon! Komm schon! Wir sind nicht durch die Panzerung gekommen! Wir sind die anderen Panzerung! Jetzt sind wir auf uns gestellt! Katz, wir rücken vor! Fahren wir!